so da sind wir und weiter geht es hier in diesem schloss wir haben das letzte mal das tor geöffnet können nun hinein da musste man einmal ums loch da draußen springen in diesem hebel betätigen weil er schießt schon warum das ist noch gar nicht gesehen der andere hat mich gar nicht gemerkt der lebt noch der hat mir am backstep überlebt wartet 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 ich muss mich mal kurz heilen was ist denn da los mit euch jetzt hat er die lampe an warum zack und zack so da kriegst du haue siehst du willst du auch haue weg mit deiner deckung in die fress halb ich mal besser ist ein faden manchmal liegt da was in den ganzen ecken komm ich schicke hier nicht rein oah was und wo kommt der denn jetzt her teil die magie schaden ist da noch einer unten kriegen wir denn also ich stehe mal kurz die andere waffe wie viele waffen wo war die denn jetzt 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 Riesing, komm ich her. Vergiss es Junge, okay, da ging es irgendwie auch hoch und hier geht es auch hoch, alter. Du feiner, warte. Ha, so geiler Move, ne, da, 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 da. Okay, ich glaube das war es ja. Dann gehen wir da drüben weiter. Was ist das für einer? Karyanischer Ritter, okay. Wo geht es denn hier lang? Wolfswartenschild, okay. Oh shit, ne. Wir müssen gegen den kämpfen. Was ist er denn da? Ja, ja, okay, okay. Alter. Der heilt sich der sein. Naja, wieso lässt er mich gar nicht? Hallo. Der macht so ein bisschen die Magie. Weg, 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 weg. Der karyanischer Ritterin war das, ne? Alter, cool. Neues Ritterschwert, ey. Jetzt geht es aber ab mit den Waffen, ey. Jetzt geht es aber ab mit den Waffen. Warte mal. Warte mal. Äh, nein, nicht da. Ähm. Okay, da ist das neue Schild schon mal. Alter, so viele Waffen hier. Das war's doch, ne? Genau, das war's. Das können wir aber nicht tragen, weil das braucht 18 Weisheit. Haben wir gar nicht. Wir haben Weisheit 15. Was macht noch magischen Schaden auch noch? Körperlich 124 und 74 macht da Bonus Schaden. Das ist gar nicht mal so verkehrt bestimmt, ne? Ja, dann testen wir auch irgendwann mal. So, äh. Wie kommt man denn da oben? Okay, von irgendwie von der anderen Seite. Warte. Na gut. Was haben wir hier? Ja. Das ist schon der nächste Gegner. Was ist das? Rälanders KW. Okay. Verbesserte Angriffe, die ausgeführt werden, nachdem die Haltung einer Zeit lang nichts geändert wurde. Oh, Marika. Ich flehe euch an, nehmt euer Kind an und gebt uns ein Zeichen. Wie lange sollen wir dieser heiligen Krieg weitergehen? Okay, jetzt sagt es wieder dasselbe. Alter, wo sind wir jetzt denn überhaupt hier, ey? Da, 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 da. Sollen wir wieder an Ort der Gnade kommen? Ah, das ist Vertroffener. Ja, ich wusste es, ich wusste es. Und noch einer. Warte, machen wir es euch auf. Komm mal. Das ist ne coole Hau drauf Waffe. Das ist ne coole Hau drauf. Ja, das ist ne coole Hau drauf. Oh, nein. Da oben, ey. Was für ein Zack. Schrei Zug. Was für ein Zeichen. Das ist einfach wie. Was für ein Zeichen. Wo sind wir nicht. Es, ошибfTeil. Im Treichen. Die. Was für ein Zeichen. Was für ein Zeichen. Was für ein Zeichen. Das ist nicht. Das ist nicht. Trifft er mich von da hinten? Das gibt es auch gar nicht Was für ein Sack Die kann man auch farmen, die Rüstung von denen Nein, nicht runterfallen, du Idiot Jetzt ist das Jetzt alles von neu oder was? Kann doch nicht sein Ich war so weit Da war nicht mal ein Ort der Gnade unterwegs Jetzt muss ich das alles nochmal neu machen Ja, trifft mich doch Guck mal, was da für einen Schaden macht So ein einfacher Soldat Oder ist das kein einfacher Soldat? Okay, das haben wir schon gemacht Da sind wir nach China gegangen Ich weiß gar nicht mehr Guck mal, so ein Hund Was da für einen Schaden macht Jetzt müssen wir aber nicht nochmal mit denen kämpfen, oder? Diesen karianischen Typ, oder? Der ist doch einmalig So, ich geh mal gucken Ja, der ist weg Aber hier müsste doch ein Ort der Gnade sein Guck mal, wie lange der braucht Damit er da ausholt Das war nur noch einer Eben und so, ich gehe jetzt ein So, her damit Also da unten geht die Party Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt unten lang müssen Boah, jetzt geht's unten los Oh, hallo Ich will noch gucken, wo es hier lang geht Das ist eine Kiste Oh, da ist noch so einer Okay, machen wir erstmal euch Krass Ich brauche eine Pause, ist voll warm Danke und bis gleich, ciao So, weiter geht es hier Auf geht's In den Schlossturm Gucken wir das mal so Ich auch Ich mache trotzdem gut Scharn Alter, echt So, damit Kommt aus dem Nichts oder was Der kommt aus dem Nichts einfach Die Und einer weniger. Das ist doch nicht geplant. Was ist das denn? Das muss weiter ändern. Ja, danke. Danke. Okay, die kriegen jetzt hier sowas fettes. Haben wir gar nicht, ne? Kann man das nicht mal so irgendwie herstellen? Objektherstellung geht nicht. Warum nicht? Ja. Was ist das? Jetzt geht die Party ab, ey. Die Schweine, alle auf sie drauf. Komm her Hundi. Ja, schnapp, schnapp. Schnapp, schnapp, schnapp. Auf sowas zu schmeißen hier. Doch einer, ey. Bestienblut. Okay, das sind alles mit. Das fette Gebäude, echt. Was für'n Sack. Ah, da war noch so einer, ne? Hier war ne Kiste. Mit was drin. Magischer Schwertschlüssel. Okay. Sehr bewacht das ganze Ding hier. Gewenkter. Oh, da. Ist der da gedroppt? Schwiegestein 2, okay. Aufzug nach oben. Jetzt ist mein Ort der Gnade, ey. Okay. Very nice. Okay. Ich müsste ein 4. hier. Das ist ne Bosswand. Das ist ne Boss, alter. Ich will nur die 75.000 noch irgendwie wegkriegen. Warte, wir reisen kurz mal. Ja, war ja klar. Riesengebäude, da ist der Boss, ne? Wir haben mal das Schloss her. Äh, warte mal. Wir machen das und das und das und das. Äh, die Waffe verstärken will ich jetzt nicht, ne? Ja. Da war die Zwei-Fingertante und da hinten war, einmal diese Aktion. Ja, ich kaufe mal noch ein paar Steine für, für demnächst mal ein paar Waffen werden finden. Oh, die Rune jetzt verloren gehen. Äh, 41 haben wir, ist okay. So, dann gehen wir zurück wieder. Und. Gucken wir uns mal an, was das für ein Boss ist, ne? Bis jetzt kurz. Nee. Nee. Du hast ja keine Zeit verloren gemacht. Ja. So, dann lass mal schauen hier, wer verbirgt sich dahinter? Relana, Zwillings-Mondritterin. Okay, okay. Ah, Alter, das war böse. Okay, das waren deine Moves. Oh, hast du noch mehr? Ja, die lässt mich da. Warte. Boah, die haben kaum Schaden, Alter, uuuuhhh. Ja. Ja. Boah, die haben kaum Schaden geblut, ne? Ah, doch, 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 doch. Naja, falsch, das war falsch, das war so falsch von mir. Oh, was ist das für ein Schwert? Okay. Okay. Ja, Alter, ey. Äh, was für Taterbrücken. Okay. Pause. So. 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 Vielen Dank.